Und ich glaube, das wird jetzt gleich ziemlich übel. Oh, blöde Ski. Oh Gott, da kommen wir noch rein. Da ist doch fünster. Oh Gott, da kommen wir noch ein bisschen Lichter. Das ist ein Lassbümm. Richtig. Das ist ein Lassbümm. Das ist ein Lassbümm. Und das ist scheinbar mal wieder ein Bug, da kommt man zur Hilfe. das blöde ist, ich kann keine Fälle abziehen. Sonst glaube ich hätte die Fälle schon zusammen. Für den Org. Noch einer. Sagen wir mal. Drei Stück noch, ihr dürft das, weiß ich. Okay, und er tot, zwei bleiben noch. Kumpel, geh weg. Zückt die, zückt der Schwert. Oh Gott, sie sind zweiters. Mit dem Ohren händen sie saufen, aber zweiters ist immer scheiße, gell? Oh Gott, sie sind zweiters. Oh Gott, sie sind zweiters. Geh mal weg. Ah, leider, schon wieder. Aus und mit zu. Lieblich Speyer, gell? Schon wieder eins von den Viechern. Kannst du den vielleicht erledigen? Weil sonst glaube ich, ob ich hinter mir. Einen im Kreis, geh weg. Aber ich hab zumindest... So mal. Wir sind doch Freunde. Oder nicht? Hundungbau ist pack. Aber ich hab zumindest die Ohne Mission erledigt. Immerhin. Aber, ich hab immer noch hunderte Missionen. So viele sind nicht, aber... Einiges schön. Aber jetzt schau ich mal hier drüben. Da schau ich nicht mehr. Zu diesen blöden Ohrviechern. Ein Wurzel. Und das soll scheinbar die Wolfsmine sein. Mal schauen, vielleicht kriegen wir eine Belohnung. Vergessen. Der kann uns noch mal nützlich sein, gell? Der Tauerspruch. Weil uns jemand böse ist. Feuerpfeile. Wenn wir gern gesehen. Und dann haben wir noch... ...drang gegen Krankheiten. Und ein bisschen Wasser. Okay, jetzt schauen wir mal drüben. Und ich hoffe, es gibt keine Wölfe mehr. Die Schnauze voll. Was ist das? Eine Mine. Das Bisse. Abgebrochen. Brüder, rechte Sum. Silberpokal. Geil. Jaugbogen. Amulett. Ja, damit. Eine Goldorder. Kann ich das? Oder muss man das lernen? Zwei Goldbogen geschürzt, geil. Nichts zu holen. Pass auf, blundern. Dann schließlich muss ich schauen, wo ich bleibe. Wissen wir ja. Und da haben wir noch eine. Ich weiß mir auf. Der will doch Gold, oder? Goldlieferung. 50 Goldbogen. Wer spendet der? Vielleicht machen wir insgesamt, ha? Jetzt ist das Problem. Jetzt muss ich wieder zurückfinden, oder? Und es ist doch finster. Ich muss in die Richtung. Hätte vielleicht so Brotkrümel verstreuen sein, ha? Wie Hänsel und Gretel. Schon geblündernd. Wer sagt das? Ich habe keine Brotkrümel verstreuert. Darf ich leichen? Waldbeeren, gell? Jetzt kommt es mit. Oh Gott. Hilfe. Und da vorne war noch eine. Wahrscheinlich auch noch kleine. Nachdem ich die Heilwürzel und... ...die Waldbeeren mitgekommen habe. Feuernessel. Vorsicht von den Snappern. Oh Gott, noch eine. Ich glaube mal, die do ich lieber umgehe, ha? Oder? Moment mal. Ja, kann ich mal da auch einen Zähmen, ha? Tierzähmen. Pass auf, der schaut doch nett aus. Bleib mal da. Ich glaube, das ist ein neues Pokémon. Ich glaube, das ist ein neues Pokémon. Oh, ist das da? Oh, ist das da? Snapperkraut. Ja gut, immerhin, gell? Schau mal da. Komm, ich. Das ist eine Mine. Speer. Noch ein Speer. Was ist das da? Nichts. Schwefelbocken. Ja, Freunde. Ich nehme das mit, gell. Brauche ich. Moment. Lass es da. Muss drauf. Ich komme hoch. Weg. Jetzt halt. Heilpflanze und... ...Schnapsbeeren. Oh, schüttel, da sind sie großzügig. Ich würde mal sagen, die fünf Stück habe ich beieinander, oder? Da war noch was. Und jetzt schauen wir mal rein. Wie ist der? Zulfog. Hey, Morra. Gut, dass du kommst. Ich habe was zu tun für dich. Ich habe kurz Zeit, Alter. Was für eine Mine ist das hier? Sowas Dummes kann auch nur ein Morra fragen. Halte doch mal deinen hässlichen Rüssel in die Luft. Dann wirst du schon wissen, was für eine Mine das hier ist. Eine Schwefelmine, natürlich. Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass die Morras arbeiten und diese Mine läuft. Die Biester lungern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum. Sieh zu, wie du sie los wirst, klar? Ich kümmere mich um die Snapper. Ja, mach sie weg. Aber schnell. Sie machen mich nervös. Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Mach das. Bring das fiese Zeug nach Geldern. Ich kriege hier bald keine Luft mehr. Okay, jetzt soll ich scheinbar noch diese Scheiß-Snapper erledigen. Waffe weg. Feier Morra. Ja, sag einmal. Ich muss da die Snapper erledigen. Weg mit der Waffe. Jetzt scheiß dich ab. Was ist dein Problem? Wolle ich gerade da treffen, gell? Auf geht's. Auf im Mütige Brüll. Ist das einer, ha? Nicht das. Noch zwei. Oh Gott. Zwei. Nimm die beiden in den Tent. Sie kämen. Boah. Und mein Haustier. Ist er das? Tatsächlich. Und er lebt noch. Aber ich befürchte, ich muss den anderen umbringen. Weil, ich hab gesagt, ich snapper mir's weg. Scheiße. Ja, kann ich den umbringen, nicht, gell? Scheißdreck. Das löst dich später, gell? Schauen wir mal. Ich brauch noch Schwefel. Nein, Dächse. Geh damit. Komm, wie schaut's aus. Läuft die Sache. Schon, oder? Oh, schieße waren fleißig. Oh, schieße waren fleißig. Jetzt nimm ich einfach mal so viel mit, wie ist möglich, gell? Und verdick das Zeig. Besser, du gehst weiter. Sonst kriegen wir noch Ärger. Okay, dann noch die Feuernessel und... Oh, nein, nein, nein. Ich bin der Schwefelmeister. Geh mal weg da. Okay, es langt. Zock doch Geld an. Lass mal ein bisschen Kohle machen. Okay. Und mein Sniper, gell? Der stirbt zum Beispiel irgendwann. Dann löst ich die Aufgabe los. Das geht schon. Was ist das da? Herrscherraut. Oh, ganz gut. Bedrohlicher Sniper. Der war mir bedrohlich.